Erasmus Plus Botschafterin 2021 Schulbildung Karoline Jeckel Seit dem Schuljahr 2019-2020 leitet Karoline Jeckel das Europabüro der Bildungsdirektion für Wien. Zuvor unterrichtete sie als Lehrerin in Wiener Volksschulen, wo sie Erasmus Plus und E-Twinning zu schätzen lernte. Der internationale Austausch hat ihren persönlichen und beruflichen Werdegang geprägt. Gemeinsam mit ihrem Team hat Karoline Jeckel die Erasmus Plus Empowerment Strategie Enter Europe ins Leben gerufen. Dabei konnten mit 35 Schulen bereits zwei Projekte zu den Schulentwicklungsthemen Demokratiebildung und Mädchenförderung erfolgreich gestartet werden. Doch das ist erst der Anfang. In Zukunft sollen noch mehr Schulen inspiriert werden, selbst Erasmus Plus Projekte durchzuführen und die vielfältigen pädagogischen Möglichkeiten aktiv zu nutzen. Denn für Karoline Jeckel ist klar, der Austausch über Herausforderungen und das Ausprobieren neuer Wege, das ist, was uns weiterbringt. Dabei ist ihr wichtig, die übergreifenden Themen, Inklusion und Diversität, aber auch den Aspekt der Nachhaltigkeit für ein grüneres Europa immer mitzudenken.